Ah! Ah! Tu weiter! Ah! Dreh dich! Eine Stunde nach vorn musst du! Ah! Nichts wie Probleme gibt es mit dieser Zeitumstellung, auch bei unserer Sonnenuhr. Am letzten Sonntag im März beginnt wieder die europäische Sommerzeit. Dann heißt es wieder, den Uhrzeiger um eine Stunde nach vorne drehen. Soviel ich mitbekommen habe, ist die Zeitumstellung fast nur ein Nachteil. Durch die Verschiebung des Lebensrhythmus um eine Stunde sind sehr viele Leute belastet. Die Arbeitsleistung sinkt, die Zahl der Verkehrsunfälle steigt. Und die ganze Sache bringt im Jahr so ungefähr einen Schaden von 240 Millionen Euro allein für Österreich. Die erhoffte Energieersparnis durch die Zeitumstellung ist kaum bemerkbar. Wir Menschen wollen vieles verändern und umstellen, doch nicht immer machen wir dabei einen Fortschritt. So manche Umstellung schadet uns. Wir Menschen verändern Dinge und Abläufe und drehen dauernd am Uhrzeiger herum. Ich denke, was für uns viel wichtiger wäre, dass wir unsere Aufmerksamkeit hinrichten zu Jesus Christus. Denn wenn wir uns ihm zuwenden, dann kommt er mit seiner ganzen Macht in unser Leben. Es ist die Macht des Sieges über Sünde und Tod. Denn ich glaube, Jesus ist gestorben und er ist auferstanden. Damit hat er gezeigt, dass er stärker ist als der Tod und als die Sünde. Deshalb möchte ich beten, Jesus, ich möchte mich umstellen. Ich möchte mich noch mehr dir zuwenden, damit ich noch mehr im wahren Fortschritt bin. Ich möchte mich noch mehr im wahren Fortschritt.